Für Wohnungseigentümer ergibt sich eine wesentliche Änderung. Das Wohnungseigentumsgesetz wird grundlegend reformiert. Mit welchen Änderungen die Eigentümer zu rechnen haben, darüber gibt dieses Video einen kurzen Überblick. Ich bin Achim, ich bin Rechtsanwalt. Nach langen Diskussionen wurde vor kurzem die Reform zum Wohnungseigentumsrecht vom Bundestag verabschiedet. Sie soll dieses Rechtsgebiet an neue Gegebenheiten anpassen und insgesamt modernisieren. Das bedeutet aber gleichzeitig eine grundlegende Veränderung, die zum 1. Dezember 2020 in Kraft tritt. Eine erste Änderung besteht darin, dass nach dem neuen Recht die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer das gemeinschaftliche Eigentum verwaltet. Etwaige Ansprüche richten sich damit gegen die Gemeinschaft an sich. Weiterhin wird der Verwalter aufgewertet. Manche sehen ihn mittlerweile eine Art Geschäftsführer der Gemeinschaft. Er kann mit kleinen Ausnahmen die Gemeinschaft unbeschränkt vertreten. Das bedeutet aber trotzdem, dass er nur für kleinere Geschäfte keine Zustimmung der Gemeinschaft benötigt. Gleichzeitig haben die Eigentümer die Möglichkeit, mit dem Verwalter etwas anderes zu vereinbaren. Gerade wegen dieser deutlich stärkeren Position des Verwalters sollten die Eigentümer zwingend überprüfen, ob sie die Absprache mit ihrem Verwalter nicht anpassen. Das betrifft insbesondere die Möglichkeit zu seiner Kontrolle. Denkbar wäre zum Beispiel, dass sich zumindest einzelne Eigentümer mit der entsprechenden Sachkunde einen Zugriff auf das Verwalterkonto über die Bank einrichten lassen. Solche Absprachen sind natürlich explizit in den Verwaltervertrag aufzunehmen. Weiterhin wird in Zukunft die Zertifizierung von Verwaltern deutlich zunehmen. Ab dem Jahr 2022 gibt es den sogenannten zertifizierten Verwalter. Zusätzlich wird im neuen Gesetz auch der Verwaltervertrag angepasst. Dieser wird mit der Bestellung verknüpft und endet automatisch ein halbes Jahr nach der Abberufung des Verwalters. Das ist vor allem dann interessant, wenn der Verwalter früher aus seinem Amt entlassen werden soll. Wer bisher etwas umbauen wollte, weiß ein Lied davon zu singen. Es ist nicht immer einfach, einen Beschluss in der Eigentümerversammlung zu bekommen. Neben der Anpassung des Quorums ist im neuen Recht auch ein Mehrheitsbeschluss vorgesehen. Gleichzeitig werden bestimmte Maßnahmen, zum Beispiel zur Förderung der Elektromobilität, bevorzugt. Auch hinsichtlich der Eigentümerversammlung hat sich das eine oder andere geändert. Wichtig ist etwa, dass nach dem neuen Recht auch Versammlungen beschlussfähig sind, in der nicht die Mehrheit sitzt. So können zu einzelnen Punkten zum Beispiel ein schriftliche Beschlüsse gefasst werden oder die Versammlung sogar mit einer Online-Beteiligung durchgeführt werden. Neben dem Verwalter wird auch der Verwaltungsbeirat aufgewertet. Er vertritt die Eigentümer gegenüber dem Verwalter. Gleichzeitig sind die Beiräten nunmehr dazu verpflichtet, den Verwalter zu kontrollieren. Daneben finden sich im neuen Gesetz Regelungen zum Eigentum der Gemeinschaft. Sie kann insbesondere das Sondereigentum auf Grundstücksteile erstrecken, die außerhalb des eigentlichen Gebäudes liegen. Zu guter Letzt wurde auch das Verfahrensrecht angepasst. Will zum Beispiel ein Eigentümer einen Beschluss anfechten, hat er seine Beschlussklage gegen die Wohnungseigentümergemeinschaft zu richten.